Hallo und herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir stellen euch heute die mobile Anwendung von Gamefly vor. Ich denke den Online-Shop werden einige von euch kennen, denn dort kann man eine Vielzahl von Games ausleihen oder auch einfach kaufen. Und mit der mobilen Anwendung funktioniert das Ganze ebenfalls. Es gibt eine Verknüpfung mit dem Account und ein paar weitere Funktionalitäten, die wir euch heute einfach mal zeigen möchten. Dafür kann man hier in der Startseite direkt sortieren, nach zum Beispiel Most Popular, nach dem Store oder auch nach dem System, je nachdem was einen persönlich interessiert. Gehen wir einfach mal auf den Nummer 1 Hit hier und hier hat man gleich die Möglichkeit auf zum Beispiel Rant zu klicken. Daraufhin müssen dann einige Informationen natürlich hier eingegeben werden. Man kann sich hier anmelden zu Gamefly oder auch sich ganz einfach kostenlos an der Demo-Version probieren. Zusätzlich gibt es natürlich immer noch ein paar Informationen darüber. Es gibt zum Beispiel hier erstmal Informationen, wie man das ganze Spiel steuert, die Spezifikationen und so weiter. Und es wird natürlich eine Menge angezeigt hier immer zu den unterschiedlichen Spielen. Also die Detailseiten sind auf jeden Fall ausgefüllt mit zum Beispiel Trailer oder auch Bildern. Es geht dann aber gleich weiter. Es gibt nämlich noch eine Menge weiterer Spiele hier und die sind dann eigentlich alle ähnlich aufgebaut. Ihr könnt hier immer auf Rant gehen und mit Verknüpfung von eurem Account funktioniert das Ganze dann auch. Zusätzlich habt ihr hier oben die Möglichkeit im Store zu klicken. Ihr könnt hier auch nach System sortieren. Zum Beispiel gibt es hier Playstation 4 Spiele gesondert angezeigt und so weiter. Und so findet ihr dann letztendlich natürlich immer die Sachen, die euch interessieren für eure Plattform. Im zweiten Reiter geht es gleich weiter mit einigen News zum Beispiel hier von heute. Spielenachrichten sind das eigentlich vorzüglich und da kann man sich informieren über Release oder auch sonstige Sachen und kann sich hier ein bisschen durchklicken, durchlesen und ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. In der Mitte gibt es noch die Möglichkeit sich mit dem eigenen Account zu registrieren. Ebenfalls hier wieder und dann werden auch die letzten Aktivitäten von anderen in der Community hier angezeigt. Zusätzlich hier gibt es dann noch weitere Informationen zum Beispiel zu den Top 3. Price Drops, also die besonders reduzierten Spiele werden hier angezeigt und auch sonstige Ranglisten werden hier wie gesagt ganz einfach angezeigt, wo man sich einfach mal durchklicken kann, um neue Spiele zu finden, die einen interessieren könnten. Zusätzlich gibt es im Reiter mehr dann die Verknüpfung zu GameCube. Zusätzlich wird dann die Card angezeigt, dort werden dann die Items angezeigt, die man hinzugefügt hat, wenn man welche kaufen möchte und im Bereich Settings gibt es noch ein paar kleine Einstellungen. Wie gesagt, wieder die Verknüpfung ist hier mit dabei und zusätzlich gibt es noch Informationen zu Support, Facebook, Twitter wird nochmal verknüpft. Aber ansonsten war das auch die gesamte mobile Anwendung von Gamefly. Das war es auch schon von uns, bis zum nächsten Mal, ciao!